Einmal im Jahr steht sie an, die Inventur. Das gesamte Lager auf links krempeln und alles messen, zählen, wiegen. Solange keine unternehmensstrategischen Gründe für so eine Vollaufnahme sprechen, ist die körperliche Bestandsaufnahme des gesamten Lagers zumeist ein lästiges Übel. Die Inventur per Stichprobenverfahren zählt zu den gesetzlich geregelten Inventurvereinfachungsverfahren und ist unter diesen Verfahren das Einzige, was den Umfang, die Anzahl der zu zählenden Lagerpositionen drastisch reduziert, um 90% und mehr. Die Inform ist im Bereich der Stichprobeninventur führend am Markt tätig und das seit 35 Jahren. Ob Ihr Lager auch für die Stichprobeninventur geeignet ist und wie hoch konkret Ihr Einsparungspotenzial ist, prüfen und besprechen wir gerne persönlich. Ich freue mich drauf.